Böse, der Herrenausstatter in Lippstadt, in der Kappelstraße 32. Inhaber Franz-Josef Böse freut sich auf Ihren Besuch. In den modern und elegant gestalteten Räumen erwartet Sie ein breites Angebot an ausgewählten Markenfirmen. Böse, der Herrenausstatter in Lippstadt, hat montags bis freitags von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie samstags von 10 bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet. Persönliche Termine werden auch gern außerhalb der Öffnungszeiten gemacht. Beim Herrenausstatter Böse finden Sie ein großes Angebot an Mänteln, Jacken, Anzügen, Hemden, aber auch Accessoires wie Krawatten und Gürtel. Bei Böse in Lippstadt werden Sie noch persönlich und kompetent beraten. Bei Böse ein wenig gestaltetes in Lippstadt ers어도 Amen! Bis zum nächsten Mal.